So, was machen wir jetzt? Hey, oh, Zocki, was geht ab? Was geht bei dir ab? Voll auf den Arsch gefallen. Ich war eine Arschbombe, Alter. Arschbombe auf Boden, Junge. Junge, Junge. Hey, cool, dass du wieder da bist. Ja. Dann können wir ja jetzt wieder hier so ein bisschen durch die Gegend marschieren. Mal gucken, lass mal gucken, was haben wir denn noch? Ich habe hier noch eine Burg in der Nähe. Die könnten wir ja machen, ne? Zusammen hier wieder. Aber als erstes nehmen wir hier unten noch hier diese Brauerei ein, damit wir ein bisschen Bier haben. Bier! Bist du dabei? Da unten ist hier so eine Brauerei, die nehmen wir ein. Und dann kämpfen wir uns hoch zu der Festung. Guck auf die Karte, Mann. Ich bin gerade am Pissen. Ich wollte dich immer mal einen Berg runterpissen, okay? Oh Gott, ich gucke weg. Okay, jetzt. So. So. Ja, ich sehe es auf dem Minimab schon. Ja, alles klar. Dann, äh, ich schnapp mir jetzt hier so einen Drachen. Du schnappst dir einen Drachen. Da gab es noch zwei Drachen, oder? Ich habe schlechte Erfahrungen mit diesem scheiß Drachen. Komm jetzt. Komm, oder wir fliegen gemeinsam Drachen. Geht das? Das wäre so witzig. Geht das? Keine Ahnung, ob das geht. Eins, zwei. Ich drücke jetzt. Okay. Nee, ich kann da nicht mit. Ah! Okay. Egal, flieg schon mal hin. Wir treffen uns dort. Über den Wolken. Irgendwie kommst du? Oh Gott. Ich komme schon irgendwie hin. Oh Gott. Ich nehme den Wingsuit jetzt. Der ist noch geiler. Fallschirm! Was? Ja, okay, das passt. Ich werde eh teleportiert. Verdammt. Wo bist du? Ich werde gleich teleportiert. Äh? Wie teleportiert? Wer gibt dich in die Nähe deines Paaren und du wirst teleportiert? Ja, schnell. Ich werde teleportiert. Ich werde eher teleportiert, denke ich. Ich werde teleportiert. Los. Mach mal, dass du herkommst. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Ich habe voll die komische Sicht. Oh oh. Da unten sind ja welche. Ja. Ich bin da. Scott. Scott, der hat mich gerade rübergebeamt. Okay. Alles klar. Hier ist mein Drache, guck. Hier bin ich bruchgelandet. Meisterhaft, Soki. Meisterhaft nicht. 300 Meter ist die Brauerei. Dumbo! Dumbo! Ich habe Arsch-Elefantenreiten freigeschaltet. Nein, ich glaube noch nicht. Ich schon. Oh oh. Da vorne sind welche. Genau hier. Und da. Ja, ja, ja. Schnapp dir Dumbo und mach sie platt. Los. Komm, mein kleiner Dickhäuter. Komm. Komm her, Dumbo! Wie geil ist das denn? Dumbo, Attacke! Warte, erst mal Waffe wechseln. Warte, die hauen ab, Mann. Los, jetzt hol sie dir. Oh, jetzt. Los, Dumbo! Mach dich fertig. Dumbo, mach dich platt! Okay. Was ist, du kleiner Huren-Tiger? Dumbo, mach dich fertig, Alter. Ja, also komm. Kämpf! Der kämpft doch jetzt mit Dumbo gegen ihn. Guck mal, wie er flüchtet, der scheiß Tiger. Komm her, Dumbo, mach dich fertig! Scheiß o' ich. Hä, ich muss ihn lachen. Was ist mit dir, du Huren-Tiger, hä? Was ist mit dir, du Huren-Tiger, hä, was ist? Was ist mit dir davonrennen? Alter, warum fallen eigentlich nicht diese Bäume um, wenn du dagegen? Hä? Verbiss dich, du Huren-Tiger? Dumbo, dumm warst dir gezeigt, okay? ist und jetzt dass sie weiter los bis auf mich mit aufsteigen da kann ich das der kommende ich weiß gar nicht da muss irgendwo stehen geht nicht durch den Hohentiger der Muck noch die Stärken die hinten man dass sie dass sie nicht markiert ich gehe mal ein bisschen Ausschau halten was jetzt hier in dieser Basis abgeht in der Brauerei ok oh grün ist grau ah der da ist ja noch so ein Hohentiger ah nein das ist ok hab die Brauerei erreicht pass auf zu dir kommt ein Gepard was der ist ja voll weit weg oder wo denn ich bin hier auf dem Dach äh auf dem Berg ah jetzt weiß ich wo du mit Dumbo klatscht alter los Dumbo los du hast die Mission mit Dumbo noch gar nicht gemacht machst du eine Mission? ne du machst nachher auch noch eine Mission echt? ja klar Dumbo los klatsch den Gepard geh ihn aufs Mal du Hohentiger mach nicht so einen Krach Mann die werden voll die gucken schon ich hab Dumbo ich hab ihn mit Dumbo umgeklatscht alter soll ich da rein stimmen mit Dumbo? ne ja komm dann mach mal halt hier Kamikaze Attacke los warte ne warte mal lass mal kurz was checken lass mal ganz kurz was checken was würd ich checken warte 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 Fähigkeiten warte aber ich such grad die haben hier bestimmt irgendwo ein Alarm ich guck grad ob ich ihn finde irgendwo ist er bestimmt ich schalte den Alarm aus dann kannst du mit Dumbo rein und hier alles platt machen die Brauerei entdeckt Dumbo ist zu fett der kommt nicht hoch los Dumbo los Alter wie Dumbo abgehen alter Dumbo ist für geil guck guck in die Anzug wie süß er ist ich seh den grad nicht ich bin in der Basis soll ich warte ich kann ey alter ich kann ich kann auf Dumbo von Dumbo aus snipern alter Leiche entdeckt kommst du jetzt mit dem Elefanten oder nicht soll ich stürmen oder nicht ja stürm doch ich guck dass die nicht Alarm schlagen ja der eine ist tot warte ich schneide wir grad ein paar weg jetzt fang an ok Dumbo kommt Dumbo ja genau scheiße sie machen Alarm scheiße scheiß drauf man Dumbo kommt scheiße ja dann behal dich uah penner na los mach sie platt die Verstärkung kommt gell das heißt mit Dumbo musst du die Verstärkung kaputt machen was ist ja greifst du scheißdreck warum ist die kaputt jetzt wir kommen von der Straße na super da guck da kommt Dumbo Verstärkung alter jetzt jetzt du hast sie ins Wasser gestoßen ja mein gut Dumbo guck mal wie Dumbo abgeht da die Verstärkung umgehauen ich will jetzt auch ein Dumbo haben man warum kann ich da nicht hoch verdammt ich hab den Skill nicht warte mal kann ich den Skill vielleicht einsetzen Moment Fähigkeiten jawoll ja man ich kaufe jetzt auch Dumbo und dann renne ich tue ich auch hier rumreiten wo ist mein Elefant hin hey hau nicht ab bleib hier ha zack zack los geht's das Ding ist noch nicht eingenommen das heißt da kommen noch welche oder hier sind noch welche wo war das ich hab den Ball angehört ja das war ich ach so nein da ist er ja das war's eingenommen oh yeah mit nem Elefant muss auch mal sein Alter mit Dumbo bist du fast unbesiegt vor Alter was geht wie geht nochmal wie geht nochmal Angriff wie geht nochmal Angriff ich hab das mit mit äh mit der Seitentaste in der Maus ach so ich weiß gar nicht mehr wie das geht nein 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 du gehst voll ab ja ok ähm hier sind wir fertig ein Adler ein Adler dann machen wir uns jetzt auf den Weg zur großen Burg und spähen die mal aus Alter was schlägt denen los was wer denn Alter die ballern auf den Adler wie beendet auf geht's vorwärts Dumbo dein Elefant steckt dein Elefant steckt ne Pfeil im Arsch ne ja so ein hässlicher Jäger hatte auch einen geschossen ey die haben meinen Elefanten getötet ihr verdammt Schweine ich schieße euer scheiß Auto dafür kaputt äh mein Elefant äh mein Elefant ja so machst du Alter entschuldigst du Zivilisten Alter ihr Wichser habt mein Elefant getötet ja guck mal wie die abrastet ja ja blöde Schlampe mein Elefant warte ich mach das Auto und dann nehm ich das Auto hier wenn ich hier runter komme ja komm ich wir haben meinen Elefanten getötet Mann das ist doch so uncool blöde Schlampe leute und ihr werdet nicht glauben was ich gestern gesehen habe einer von uns ist auf einem Elefanten in die Schlacht geritten und hat ein paar Soldaten und haben eine Pause gesehen also die Erzüge und Worte kanzelmann habt ihr gehört was ich da euch gesagt habe ich will einen gass verdammten Elefanten das Spiel hat Soldaten mitsamt ihrem Wagen drum geworfen Ein Spielzeit-Potten! Das war's! Was ist das? Der Radiostrecher redet grad darüber, wie wir das Ding auseinander genommen haben! Ich will einen Elefanten! Oh, geh mit aus der Bahn, du Vollidiot, Alter! Lust, und worin? HIRSCHE! Alter, wie schnell dieser scheiß Elefant ist! Aber ihm geht schnell die Puste aus! Die, die meinen Elefanten getötet haben! Was hat der Radiostrecher noch gesagt? Was? Was hat der Radiostrecher gesagt? Ja, der hat gesagt, ich hab gesehen, der letzte ist jemand in eine Basis reingefahren! Mit einem Ding reingelaufen, und zwar auf einem Elefanten! Der Elefant hat die Autos rumgeschleudert! Ich will auch einen Elefanten haben! Das ist so geil! Ich hoffe, ich bin gerade gegen dazu gekommen! Ich hoffe, ich hab die aber weggepoppen! Du bist doch hier! Wahnsinn! Super! Und vielleicht haltet ihr jetzt weniger von mir, aber ich brauche ein sauberes Badezimmer und ein echtes Klo, um dort richtig einen in die Keramik zu ballern! Ja, ich weiß! Ich weiß! Ich bin verwöhnt verstanden! Ein paar von euch glauben vielleicht, dass ich hier aus einem Bunker sende! Hey! Ich hab schon mit den besten... Ah, diese Sonntagsware! Ich habe es geschafft! Ich hocke nicht gern, und ich kackele ganz bestimmt nicht gern in ein Loch im Boden, das schon voller Scheiße von anderen Leuten ist! Und wisst ihr was? Ich sage es jetzt live, hier im Radio! Ich liebe mein Bedeel! Ja, ich sende hier mit Schottu aus einem Bunker! Und ja, manchmal ist es eng und ungemütlich! Und ja, wir haben hier in Lappen! Was hast du getan? Ich hab's gesehen, Alter! Die standen im Weg! Okay! Dumbo auf Platz! Da! Mach mal lieber die kalt! Dumbo! Attacke! Hahahaha! 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 Ehhhh! Dumbo! Dick! Grate mir den Hintern bestimmt nicht mit Kiefer ab, also ehrlich! Niemann nicht mit Kiefer! Oder nicht mit Kiefer! Niemann nicht mit Kiefer! Ja, die hat einen Raketenwerfer! Hey! Die wollen grad schießen! Die mit dem Raketenwerfer! Ey! Was ist mit denen? Und ihr lebt es ich glaube wenn ihr... Aber also dumbo haltestand, okay?! Was zur Hölle? Da oben sind auch welche. Dann komme ich nicht hoch. Doch. Hey, warte mal, war ich hier schon? Ich steig mal ganz kurz aus. Weil mir dieses Plakat hier nicht gefällt. Wo ist da mit dem Plakat? Propaganda-Scheiße. So, du brauchst sowieso immer länger mit dem Elefanten, wie ich mit dem Auto. Ich hab die Tüppen da gerade umgebracht. Hey, so ein Tüppen, einen dicken Elefanten rennt dir gar nicht her. Ein Wildschwein! Komm, der Wildschwein. Mann, das ist ein Feinde. Ja, schnapp sie dir. Ich brauch dieses Wildschwein. Stirb, Wildschwein! Ich brauch deine Haut! Du tötest, motherfucker! Stirb, du hellendiges Wildschwein! Wo ist es? Verdammt, ich seh's nicht. Ich glaub, ich hab's erwischt, oder? Alter, wie viele Blumen und Gestripp jetzt in meinem Auto drin sind. Es ist entkommen. Oh, Mann. Ich glaub, wir müssen hier hoch. Ich geh mal hier hoch. Oh, Wolf. Oh, Gott. Hier, zwei Wölfe, drei Wölfe. Die Wölfe. Du kommst mit deinem Elefanten. Alle weg. Da vorne sind welche, gell? Die haben dich entdeckt. Ja. Das ist so geil. Du bist so einer, das ist so... Oh, wow, wow, dieser Lefant. Da oben ist noch ein Ding. Ich würd mal... Oh, verpisst euch bloß. Ah! Ah! Dieses blöde Fackviech wieder! Hau ab! Alter, das ist so... Das ist nicht mehr normal, Alter. Echt. Ups. Ich hab schon wieder deinen Elefanten ausversenkt. Sorry, war keine Absicht. Aua, Mann. Das tat weh, hör auf. Alter, wie siehst du das, Mann? Das ist nicht mehr lang, ein Elefant zu Hause haben. Warte, ich brauch dieses scheiß Fell von dem Vieh. Ah, ich hab ein Wildschwein. Sehr schön. So, Wildschweinhaut. Da oben ist nämlich noch... Alter, das ist eine richtige, riesige Brücke. Aber ich seh grad, da oben ist noch hier so ein Ding. So ein Funkturm. Den würd ich gerne noch einnehmen. Na, tötet doch den Wolf hier. Fischer. Nicht die... Hey, tötet doch nicht unsere Leute! Ach, das waren nicht unsere... Waren das unsere? Ja, natürlich waren das unsere. Du verlierst die ganze Zeit Karmapunkte dadurch. Oh, scheiße. So. Wird ein bisschen schwierig, da rüber zu kommen. Da oben ist der Funkturm. Ach, verdammt. Gibt's hier keinen... Gyrocopter, Mann. Das wär um einiges besser. Ah, hier wird es... Hier kommen wir rüber. Aber du kommst wahrscheinlich mit Dumbo nicht rüber. Wer weiß, Dumbo ist ein No-Rounder, okay? Der ist besser als jedes Geländewagen. Nicht mal ich komm da rüber. Au. Mensch, pass doch auf mit deinem... Du steinst mir gerade verschwingen. Alter, der ist klein und süß, Alter, okay? Total. Nicht. Gut, braver Dumbo, du schaffst es, Dumbo, du schaffst es. Ja, Dumbo. Jetzt rennt er hier die ganze Zeit mit seinem Elefanten durch die Gegend. Los, Dumbo, los. Da vorne ist es. Oh nein, hier ist aber eine riesige Klippe, oder? Oh, verdammt. Was für eine Monsterklippe. Kacke. Was ist denn, Dumbo, schaust du hin? Hast du Erdnisse entdeckt, oder? Nein. So, kommst du? Mit Dumbo kommst du nicht runter. Alter, was? Ups. Nein, Dumbo ist tot. Ja, ich sehe ihn. Ja, dann habe ich jetzt Dumbo Haut, danke. Ja, wieder beleblich mal, lieber. Geht das? Wo stehe ich? Du liegst unter dem... Ach, nein, da. Ja, jetzt ist es schon zu spät. Ja, hättest du mir ja gleich sagen können. Alter, holt sich erst Haut, Alter. Dumbo Haut. Verdammt, Mann. Ich hätte ihn so irgendwann loswerden müssen. Oh, was sind das? Ich glaube, davon habe ich aber auch schon ein paar Häute. Und was denn? Hier, von denen. Diese Jacks da, oder was auch immer das sind. Kannst du haben. Ja. Wie klettert man noch mal hoch? Zielen und E. Was sagst du? Zielen auf die Dinger und E. Ja. Und wie ziehe ich mich hoch? Maustaste. Maustaste. Linke Maustaste. Irgendwo ist grünes Kraut. Ach, da unten. Ja, dann nicht. Stirn. Verdammt. Egal. Hier ist eine Höhle. Nee, doch nicht. Okay. Oh. C drücken, gell? Zum Loslassen. Was tun wir drücken? C! Ey, das ist zu... Du bist doch eine Pflaume, Alter. Du musst doch schon wieder... Bei mir ist es STRG, weil ich das umgestellt hab. Ach so, ja, das weiß ich doch nicht. Stell doch nicht alles um. Natürlich wird STRG angenehmer als C. Verdammt, wir könnten hier... Da oben ist einer. Ich seh einen. Oh, warum wird der nicht anvisiert? Das ist bestimmt nicht der einzigste. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie jetzt da noch reinkommen. Oh. Chuck. Alter, willst du mich verarschen? Du musst schon Schwung holen. Und rüber. Jetzt hab ich's auch nicht geschafft. Ja, aber du stirbst nicht. Na. Aber du stehst da... Du liegst da unten. Ja, weil ich halt direkt runtergefallen bin. Ja, aber ich kann dich nicht wiederbeleben. Ja, ich sprang gleich. Verdammt. Jetzt bin ich bei dir unten. Ja, super. Was machen wir jetzt unten? Wir müssen hoch. Mögepargaminslicht. Jetzt müssen wir wieder alles machen. Verdammt. Man muss ein bisschen mehr... mehr Seil geben, wenn's nicht geht. Dann muss so ein bisschen mit rechter Maustaste mehr Seil geben. Oder nee, nicht rechter Maustaste. Hä? What the fuck? Kommen wir nicht hoch. Scheiße. Es wird dunkel. Vielleicht gibt's da noch einen anderen Weg. Jetzt warte. Boah, Alter, da ist ein Sniper. Der zielt hier runter ins Wasser. Ja. Tauch mal lieber. Tauch mal lieber. Der sieht mich nicht. Oh, hier ist ne Kiste. Danke. Ein Unterhand. Ja, super. Kann ich sehr gut gebrauchen. Brauchst du die, oder? Keine Ahnung, schieb mal. Ähm. Ich guck mal grad auch, was ich noch brauch zur Herstellung. Ich kann sogar was herstellen. Sehr schön. Buff. Ich muss... Panzer-Nashorn-Fell brauchen. Ich brauch auch noch Schweine-Fell. Sein Typ, der labert auch die ganze Zeit hier. Ich seh'n Giro... Hier ist ein Gyrokopter, glaub' ich, in der Nähe. Ja? Wir sind gleich da... Wie kommen wir jetzt da hoch? Ich will noch dieses Ding einnehmen. Ich will auf jeden Fall jetzt noch diesen Turm einnehmen. Dann kriegen wir Waffen freigeschalten. Aber ich komm' da nicht mehr hoch. Wir kommen da nicht mehr hoch. Boah, ist das nervig grad, hey. Wie willst du? Scheiße. Wo hast du den Gyrokopter gesehen? Boah, nein! Bist ganz runtergefallen. Bin runtergerutscht grad. Scheiße. Was gibt's denn nicht, dass wir hier nirgends hochkommen? Möge Pagan, minns Licht, euch leiten. Ah, guck mal, von da unten... Von da unten kommen wir nach oben wieder. Jöööp. Hap, hap. Oh, und eine Kiste ist auch hier. Schön, ups. Verklickt. So. Jetzt hier hoch. Wo bist du? Ich kletter grad die Wand hoch. Okay. Ich kletter auch die Wand hoch. Hap. Auf geht's. Hap, 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 hap. 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 Okay, ich kletter jetzt. Komm her rüber. Mit dem Baumstumpf, oder? Bist ich wieder hier schwingen. Geronimo! Was? Scheiße. Nochmal. Zack. Fuck. Ich bin runtergefallen. Ein Mist, verdammter. Hä? Wie komm ich denn da hoch? Oh ne, das ist schon ein Witz, Alter. Komm, ey. Hier ist irgendwo eine Geisel. Kannst du die retten? Ich komm da nicht hin. Das gibt's doch nicht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, lass mich in Ruhe. Was denn? Ich glaub ich bin da. Hier liegt ne Glocke. Jawoll, hier ist ein kleiner Pfad. Ich geh mal rein und guck mich um. Ich kann hier hochklettern. Dann bin ich im Turm drinnen gleich. Ich musste mich verpissen, weil ich von der Horde ein bisschen angegriffen wurde. Boah, jetzt hab ich wieder da hochklettern, ey. Ich hab's schon. Okay. Ich kletter kurz hoch. Wenn's so einfach wäre. Ich such zumindest erstmal wieder hin. Hab! Ich kletter jetzt weiter hin. Ich mach gleich mal das Geblärre aus. Eins nach dem anderen. Erst das Geblärre aus. Ja, super. Und dann nehmen wir die Festung ein. Pick dich ein, ganz ehrlich. Ich bin da schon oben, jetzt warte. Ich mach das kurz und dann... Ich mach das kurz aus und dann... ...verschwinden wir da rüber. Ja! Ich hab vier Fähigkeitspunkte. Yeah! Nice! Das ist mir auch noch kaputt. Was ist das denn da? Machen Sie Kürat Stark! Am Arsch! Machen Sie Kürat Stark! Jetzt ist Schluss! Sehr schön. Eingenommen! Munitionsdepot. Toll! Sack. Wtf... Wtf... Wtf...